Fabi will 24 Stunden auf dem Meer mit einem Rettungsboot überleben Ich glaube aber, dass das Ganze so enden wird Ich hab mich dann trotzdem drauf eingelassen und wir sind losgegangen, um eins zu kaufen Natürlich hab ich meine Maske vergessen Ich hätte niemals gedacht, dass diese Dinger so teuer sind Aber für die Community würden wir's kaufen Denkt ihr, wir würden 24 Stunden im Meer überleben?